Hallo, herzlich willkommen zum E-Learning-Kurs Rechtliche Anforderungen im Arbeitsschutz. In diesem Kurs werden wir uns, wie der Name schon sagt, mit den wichtigsten rechtlichen Anforderungen im Arbeitsschutz beschäftigen. Rechtliche Anforderungen sind zunächst einmal wichtig, weil wer ein Management-System etwa nach ISO 45001 einführt, die Normanforderungen erfüllen muss, rechtliche Anforderungen zu bestimmen und im Rahmen seines Management-Systems dann auch umzusetzen. Insofern, um rechtliche Anforderungen bestimmen zu können, muss man natürlich einen Überblick haben, wo sich rechtliche Anforderungen zunächst einmal denn auffinden lassen. Rechtliche Anforderungen sind Anforderungen, die in Rechtsquellen genannt sind. Und in diesem E-Learning-Kurs werden Sie lernen, was sind eigentlich Rechtsquellen, in denen es rechtliche Anforderungen gibt. Und wir werden uns dann mit den zentralen Inhalten der wichtigsten Rechtsquellen im Arbeitsschutz, also vor allem der relevanten Gesetze, Verordnungen und DGUV-Vorschriften beschäftigen, um zu verstehen, was davon für das Unternehmen relevante Vorschriften sein könnten und auch zu diskutieren, wie man diese im Unternehmen umsetzen könnte. Hierzu gehören vor allem natürlich als Kernthemenbereich das Arbeitsschutzgesetz und die Verordnung, insbesondere die wichtigsten Verordnungen wie Arbeitsstättenverordnung, Gefahrstoffverordnung oder Betriebssicherheitsverordnung. Ja, an dieser Stelle bleibt mir nur noch Ihnen für diesen E-Learning-Kurs viel Spaß zu wünschen und ich hoffe natürlich, dass Sie Punkte in diesem Kurs lernen, die Ihnen neu sind, die Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen und drücke Ihnen auf jeden Fall an dieser Stelle dafür schon mal alle Daumen.